Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zur Curbospace Programme, wo wir heute mit dieser für uns ja relativ kleinen Rakete Richtung Minus fliegen, um nach Ressourcen zu suchen, damit wir dort eine Minibase aufbauen können, um vielleicht, ja, zukünftige Missionen ein bisschen einfacher zu gestalten. Und ich würde sagen, 3, 2, 1, los! Oh, jetzt bimmel ich auf einmal. Ähm, ja, kurz verwirrt, ähm, ne, aber die Rakete sollte ja echt gut funktionieren, es ist eine relativ Standard-Rakete jetzt. Ähm, ja, ich bin wieder verwirrt, ich bin lost aktuell. Ähm, wir werden aber relativ bald dann die auch aktivieren, damit wir die Drehung starten können. Aber, ja, die ist wieder doch ein bisschen overpowered, glaube ich auch. Das kriege ich am besten in letzter Zeit, overpowered Raketen. Wir schauen so, dass wir, ah, beim Viertel sollte das Ding starten. Okay, 3, 2, 1, Boost! Wir gehen langsam jetzt schon mal in den... In die Drehung. Abkoppeln der Booster. Nein, 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 oh, fuck! Können wir die noch retten? Können wir die noch retten? Können wir die noch retten? Hui, das war Salto in der Luft, würde ich mal sagen Hoppala So war das eigentlich nicht geplant Aber hey, wir haben es gehalten Jetzt habe ich kurz einen Herzinfarkt bekommen Kurz mal in die Hose geschissen Oh no Fuck, wir haben keine Zündungen mehr hier Ich habe die Zündungen nicht beachtet Ich habe die Zündungen nicht beachtet Wir müssen flachen, wir müssen jetzt echt flach Oder sind sie die Rakete wieder abhaut Ich weiß, so ist es eigentlich kacke zu fliegen Aber wir müssen einfach Wir müssen so flach wie möglich Jetzt schon Weil wir ansonsten nicht eine gute Flugbahn kriegen Und das wäre jetzt sehr unideal Ich habe das Gefühl auch, dass meine Raketen wieder mehr Standard gewonnen sind In den letzten paar Folgen Wir mehr so diese Standardaufbauten Zwei Booster, Mittelstage und Upperstage haben Wir kommen wieder zu den alten Werten zurück Aber die funktionieren halt auch so gut Allein schon wenn ich überlege, dass da oben so viel noch MS drin sind Hui Ja, das ist schon was Feines immer wieder Das ist was Feines Ich bin auch verstanden, wir kriegen noch keinen Wir sind aber wahrscheinlich schon über der Phase, wo wir Bestimmte Effekte kriegen Die bestimmt cool ausgesehen hätten Na, wir warten noch, bis wir hoch genug sind Erhöhen tut er sich noch, oder? Ja, tut er noch Ein bisschen erhöhen sollte er sich auf jeden Fall noch So Ah, die Stichdage hält sich aber jetzt gut Die könnte man wahrscheinlich sogar noch landen In dem aktuellen Zustand Das wäre Ja, okay, aber wir hatten noch seitlich Booster dran Ich denke schon wieder an Punkte, wo ich mir denke So, ähm Junge, du hast den Recht noch nicht mal geschafft Das wird dann aber sehr interessant So, wir werden ein bisschen höher ziehen jetzt noch Damit wir vielleicht doch noch aus der Atmosphäre rauskommen mit der Stage Vielleicht war ich doch ein bisschen zu flach Aber bis jetzt schaut alles gut aus Perfekt Die Kappeln Ausrichten Perfekt Dann gehen wir hier hoch Boosten raus Und dann tun wir uns eine schöne Position für Minimus raussuchen, würde ich sagen Relativ easy Und da ist unser Minisatellit Wir behalten aber jetzt bitte auch direkt mal Den elektrischen Treibstoff im Augenblick Falls da irgendein Fehler passiert Das hätte ich nur sehr sehr ungerne Da war es da was passiert Oh Gott Ah, jetzt sind wir im Weltraum Sollten wir bis dahin vorspulen können, ohne dass es Probleme gibt, hoffe ich mal Das wäre sehr sehr fein die Aktion jetzt Ja, ja Dann müssen wir schauen, dass wir zumindest einen schönen Platz finden Und wir sind oben Ausrichten Wenigstens hat die Wie viel 77 Ja, okay Mit denen können wir viel adjustieren Das ist vorteilhaft Das ist auf jeden Fall gut Und beide Stages haben Ohren Jo, das reicht Das reicht auf jeden Fall So, jetzt schauen wir mal Wie hoch wir den Die Stages Aufbitte Ja, die ziehen wir einfach auch so weit hoch Bei 200.000 haben wir auf jeden Fall ein gutes Spiel Zack Perfekt Und dann Brauchen wir Minimus Als Ziel setzen Ich versuche mal von hier Ich versuche mal ein bisschen Schauen wir müssen irgendwie schauen, dass wir für Minimus Nein, das war die falsche Richtung Oh fuck, das war zweit Lol, so nah, was? Dann starten wir ein bisschen später Jetzt haben wir eine Intersection, wie es ausschaut Eine Weite, aber eine Gute Kann ich hier Oh, 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 das war zweit Vorsichtig Wir müssen uns ganz vorsichtig vorgehen Ganz vorsichtig Okay, das sollte passen Ausrichten Und Ja, da haben wir So ein bisschen Schub noch übrig Solarpaneele ausfahren Damit die Tanks auch wieder aufgeladen werden können Sobald es sein muss Wie schauen wir Da bei Kevin aus Ja, easy Wir kommen nicht unter die 200.000 Das ist Mal absolut kein Problem Hier vorspulen So fein adjustieren bringt sich da aber auch wieder nix So, ne Ein bisschen Vorspulen So ein paar Sekunden Ich versuche so jetzt Ja, wir machen mal 40 40 starten wir den Schub Da fühle ich mich relativ safe So, jetzt hat Jetzt haben wir vollkommen raus Passen unsere Flugbahn an Aber ist natürlich geil, wenn es funktioniert Du dann Dann Funktioniert das einwandfrei hier So Und dann Alter, das schießt Das ist im Vergleich zu einer nuklearen Energy Dann ist es so angenehm zu sehen Wie die Zahlen runterrattern bei 1000 Weil bei der nuklearen Energy War es ja so Eins Zwei Drei Und hier so Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sie Das ist schön Das sind Antriebe, die ich mag Wahrscheinlich wäre so eine Kombination sogar schlau Wiederum für Weltraumtrips Schau mal wie Oh No Fuck Das war zu weit Natürlich war das zu weit Natürlich Das passt schon, das passt schon, das passt schon Wir wollen nicht mehr, wir wollen nicht mehr Nein, 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 nein Bin zufrieden, so wie es ist Beschwer mich nicht mehr Hier vorspulen So, jetzt kommen wir raus Kalypsopräner hat kein Strom mehr Warum? Achso, warte mal Das waren die Kalypsopräner Das waren nicht die hier Kalypsopräner war die, die wir losgeschickt haben Ja, aber das war auch leider klar Würde ich sagen So, da ist der Minmus Yes Und das alles in einer Folge Nice Das ist doch wieder Supreme Wo ist er denn? Minmus Minmus Hey, mein alter Freund Lange nicht mehr gesehen Schon lange nicht mehr hier gewesen Ah, schön wieder da zu sein auch Also, ich mag Minmus Ich war ja echt nicht oft hier Aber ich bin früher viel zu Minmus Gefliegen selber In meinen privaten Games Weil ich Minmus gemocht habe Diese niedrige Gravitation Hat es viel spannender gemacht Als auf dem Mann Aber Ich finde auch wiederum Je mehr Gravitation Desto spannender wird auch Die ganzen Aufgaben Deswegen finde ich ja Duna immer so fasziniert Und die ganzen anderen Planeten Obwohl Duna für mich So einfach so Dadurch, dass es dem Mars Repräsentiert eigentlich So das Spannendste Was es eigentlich gibt Ähm Aber ja So, wir tun jetzt Hier die Flugbahn anpassen Ich glaube, ihr das ist relativ Wir machen jetzt relativ simpel Wir schicken die direkt auf Auf eine Fallstage So Dann drehen wir uns Einmal bitte kurz Nein, nein Nein, nein nicht schon wieder Nein, 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 nein Wär schon weiter wieder schief gelaufen, du Wir starten die Engines hoch Die haben jetzt viel, viel Thrust Jetzt ist es Da müssen wir so ein bisschen besser aufpassen, was man macht So, wir gehen auf den 75er, würde ich sagen So, irgendwo dahin Ja, das passt gut Vorspulen Und dann können wir Daten sammeln anfangen Rein theoretisch Runterbrennen und Ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen Jetzt fangen sie an zu wandern Und Schluss Perfekt So wollen wir das Und jetzt ist genau der Boah, da schaut euch an, da ist er wieder Minmus, wir sehen uns wieder Die Punkte haben wir nicht Die haben wir, wir starten es trotzdem Die haben wir eigentlich auch Äh, ihr seid alle schon da Antenne ausfahren Hallo, Antenne ausfahren, habe ich gesagt Bist wie ein Relay-System jetzt Und hier, Scan for Ressourcen starten Müsste ja von der Höhe her passen Scan Ressourcen Hier, Erz, Oberfläche 2,9% Metalord 9,2% Ideal sind 70, aber Wir sehen, es wird Ein bisschen dauern Wir werden auch nochmal die Flugbahn jetzt anpassen Also hier Et man Okay, gut zu wissen Dann weiß ich in welche Richtung ich muss Ich muss in die Richtung Hier hin Und spulen hier schon mal vor Aber der muss jetzt sozusagen Die nächste Zeit eh sich jetzt darum kümmern Dass er die Oberfläche scannt Und uns gute Ressourcendaten liefert Und bis das dann alles geschehen ist Oder wenn das alles geschehen ist Dann habe ich auch hoffentlich die Crew Auf der Munchstation schon ausgetauscht Und wir können dann dadurch Unsere Daten Dementsprechend weiterverarbeiten Zack Ja, das ist immer noch ein super Orbit Das Ding ist jetzt Einsatz, einsatzbereit Für die nächsten paar Jahrzehnte Gefühlt Und wird sich hier drum kreisen Und schaut euch mal Diesen Minus an Boah, ich liebe dieses Schaut euch dieses Ding an Boah, schaut geil aus Und da irgendwo Werden wir in der Zukunft landen Und eine One Base bauen Wenn die dementsprechenden Ressourcen da sind Also, ich würde sagen Das war es für diese Folge Ich habe euch gefallen Wenn ihr ja lasst Umgegenst einen Daumen nach oben da Aber wenn ihr es noch nicht habt Und wir sehen uns In der nächsten Folge wieder Also, bis dann Ciao Everything changes